Oh! Sein das Kiste? Oh was sa... Nehmen alles mit was seine Kiste. Das die Knorren kehrt hoher. Oh! 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 Sein wirklich seltsam Ort. Oh ja, sein seltsam Ort. Aber wo sein Dorf von Stamm? Glauben seien Hinterbirkenwald? Mottros folgen. Mottros nicht wissen. Wo... Oh mein Gott. Später müssen wir zurückkehren zu einem wundersamen Ort. Hm. Oh. Klassik bei Kreatur. Gehen einfach voran. Gehen einfach. Gehen einfach. Ah. Sein dunkel und regnen. Hm. Aber sei nicht schlimm. Ich tragen... Ich tragen die Macht des Dorfes. Ja. Das seien vielleicht besser. Oh. Ah. Ah. Sein... Sein stark angeschlagen. Wir brauchen etwas essen. Ja. Vielleicht schon. Ja. Haben... Haben Brot? Ja. Haben Brot. Aber nicht mehr viel. Ah. Müssen teilen ein. Danke. Nun komm. Ah. Sein satt. Gut. Nun laufen. Schnell. Ah. Ah. Sein satt. Und sehen auf Berg. Inferne. Ja. Wir. Wir seien nicht mehr weit weg von zu Hause. Ah. Ah. Boah. Garst die Bum-Kreatur. Sein explodiert. Ja. Aber sei nicht schlimm. Haben nicht. Haben nicht getroffen, Modross. Wir sind jetzt hier noch auf andere Seite von Tal. Und wir seien schon fast im Dorf. Ah. Garst die Kreatur. Getötet. Ja. Natürlich. Oh mein Gott. Endlich. Endlich sein wieder zu Hause. Wir seien im Dorf. Das war. Das war seltsam Reise. Oh ja. Sollten schnell gehen zu Bett. Ja. Wotross. Wotross laufen wie der Wind. Big sein schon im Bett? Ja. Schlafen. Schlafen. Hm. Bertha fühlt sich nicht wohl. Ah. Schlafen. Alle schlafen? Ah. Ja. Ah. Morgen. Das war seltsam Nacht. Das war eine ansteigende Nacht. Ja. Mich sind Schleickkreatur angegriffen. Aber sein Tod. Ich mh. Sam Ding. Ah. 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 Grosz hat wollen sehen. Ahnen. Zeigen sie. Ahnen Boxer gemacht. Ah. Ah. Haben Boxer gemacht. Felder. Ah. Ah. der ich bin ich machen weiter hier ich habe auch gefunden selbst am Ding nach können kann behalten und ich habe auch noch seinen Bogen jetzt wurde sein Glänzend sehen die ersten aussehen aus Schönen und habe noch gefunden noch mehr haben noch gefunden dass das und da auch auch das sein was sein was sein gibt das zurück um Kreatur sein Zeiten er sagt lieber verwahren in Privatkiste Glänzend wo sein Boxer um sein zu spät und Kreatur sein schon kaputt gegangen aber auch aber auch um an Fels in der Jahrzehnte 10 Uhr hat geworfen aber hat mich beschädigt hält das ein gut sein das ist ein Arie aber ein Boxer dann das hat sich dann wir können beginnen zu baut Grapp für Fahrer können auch helfen dann werden schneller Ja, danke mir. Ja, wer sein? Wer sein oder euch töten? Kommen zurück! Wer? Wo? Ah, was sein? Was sein geschehen? Kommen zurück. Was sein? Seine Frau? Nein, seine nicht Frau. Eindringling. Eindringling bleiben stehen. Sofort. Seine einer von seltsamen Kreaturen, die wir haben getroffen letzte Nacht? Nein, sein Mensch. Mensch! Aber sein... Wollen sehen. Wo sein Mensch? Stopp! Bleiben stehen! Wer sein? Äh... Sprechen, wo durchwerten töten. Wo... wo... warten? Wo... wo sein? Wo sein? Wer sein? Wer sein? Ich seins Sandos. Nicht töten. Ich töte. Hm. Woher kommt Sandos? Aus Wald. Aus Wald. Wieso sein in Wald? Nicht geboren in Wald. Wo... 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 Krotok... Wo... Wo Krotok sein... Wollen... Sehen... Im Wald. Im Wald. Äh... Welche Wald? Wald ein Stück weit weg. Äh... Sandos kommt mit. Ja. Ja. Sein... Kennen zufällig... Oder sein zufällig verwandt mit Sandok. Sandok sei mein Vater. Von wo ihr kennt Sandok. Er war mal Bewohner... unseres Dorfes. Oh... Sein Hohn. Sieht schön aus. Äh... Warten nicht töten. Wollten töten. Ach so. Komm zurück. Kommt zurück. Sofort. Oh... Äh... Krotok... Wie sei euer Name? Krotok. Ich sein Häuptling... des Dorfes. Krotok. Wieso? Zerfahrt. Ich will auch wie es mit ihm nicht reden. Gut. Ja. Dies sei euer Recht. Ich bringe euch zu... den anderen... des Dorfes. Motros... und Boxer. Hm. Kommt... 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 Kommt du mit? Ich komme mit. Gut. Kommt! Schnell! Mensch... Was sei mit tun? Äh... Ich wohnen... gerade... zurückführen. Im Stall. Wenn nicht wollen, dann töten. Ach... Dann müssen wir einschieben. Nein, schieben rein. Töten, damit können wir essen, okay? Aber nein, ah! Nicht mich hauen! Tun leid, tun leid. Ja, nehmen Fleisch. Danke. Und noch mich töten. Tun wirklich leid, äh... Ich braten Fleisch, damit kein Essen. Fleisch sein... Fleisch sein... Lecker denken, aber... Haben noch nicht so oft gegessen. Hm. Dein Vater haben auch, äh... zurückgelassen Haus hier. Äh... Braugen... Braugen Kohle, damit können brennen. Sandus. Ja, das ist ein Haus von Vater. Hm. Erkennen wieder. Schön. Schön. Ich auch bauen, so schön. Boxsock. Ja. Ja. Komme zur Mitte von Dorf. Sein da. Was? Oh. Wir stellen vor. Sandus. Boxsock. Sandus. Motros. Ah. Motros. Boxsock seien Angler und Holzfäller. Und... Motros seien Schamane von Stamm. Ja. Ihr... Und ihr seien Sandus. Seien Verwandten mit Sandok? Sandok war ein Vater. Ah. War... War guter Mann. War Farmer. Haben... Haben gebaut Gehege. Ja. Seien... Seien Sandus... Seien Sandok tot? Sandok seien tot, ja. Wie seien gestorben? Mögen Ruhe und Frieden. Fallen von Berg. Ja. Äh. Das ist ein scheußlicher Tod. Ja. Kämpfen gegen Kreatur. Kreatur in Wert von Berg. Aber nun... Sandus sein neuer Farmer von Dorf, oder? Das bedeuten, Sandus sich nun kümmern um Tiere und Felder. Ja. Ja, können übernehmen alles, was Vater hat hinterlassen. Ja. Hier sind Tiere, wo ist ein Felder? Felder seien bei Schluss. Felder seien dort vorn an Fluss. Schön, schön hin, komm. Ich habe ihn schon gemacht. Sehen jetzt so aus. Vater nicht, haben wir betrieben. Hm. Ja, seien viele Felder. Aber... Mottos... haben... Idee. Und zwar, dass... Da ja Platz hier seien sehr begrenzt, vielleicht... Da hinten ist dumpf, seien viel Wasser, vielleicht... Dort auch liegen an Felder. Hm. Wenn Platz hier nicht mehr reichen. Ja. Seien nur Idee, falls... Wenn Stammwerden größer damit haben, mehr Felder. Hm. Hm. Okay. Aber dafür sollten vielleicht... schaffen Durchgang zum Sumpf. Damit müssen nicht gehen durch enge Bäume. Ja, ja, müssen, äh, 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 Fällenholz, dann, äh... Boxhocken müssen, Fällen, äh, Wald ab damit können. Gehen durch, gut. Ja, ja. Hm. Aber... Mottos jetzt wollen... Jetzt wollen langsam bauen Grab für Vater. Hm. Haben schon geeigneten Platz gefunden. Ich werde ihm auch gleich helfen. Gut. Aber wir haben... Nein, äh, Boxhock. Hm. Du lieber fällen, äh, Bäume zwischen Sumpf und Dorf. Okay. Okay, dann... Oh. Gut. Gut. Bauen gute Grabstätte für Vater. Hm. damit kann rohlich in Frieden auch wenn er nicht haben viel gehalten von seinen naja man seinen Aktivitäten doch glauben dass er braucht hohe Städte ja auch denken ja und sie hat nacht nr. das stimmt in alle zu Bett ja sofort nicht schlafen warten warten noch nicht sein im Bett gleich jetzt liegen im Bett ja ich auch jetzt liegen im Bett müssen bauen weiter Grab s